Musik Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Hier auf meinem Kanal von der Ravensberg Und ja, ich habe hier unseren Ballen wieder entdeckt Der hier irgendwo im Boden steckt Wo ist er denn jetzt? Also er war auf jeden Fall War der hier oder ist der hier? Müssen wir jetzt mal eben gucken Ne, hier nicht auf dieser Seite oder doch? Also er guckt hier ja auf jeden Fall auf den Boden Und das was wir machen müssen ist Ja, hier ist er, da Ich kriege ihn so natürlich nicht Gegriffen, ich glaube Wenn ich den starken Bauern anmache Wird das auch nichts Kriegen wir hier so also nicht raus Ich werde jetzt mal folgendes versuchen Und zwar, ob ich dieses Über dieses Tool Das Ding da rauskriege Ich musste den Schuppen da übrigens mal wegreißen Weil mit den Ballen Das hatte in dem Ding überhaupt nicht funktioniert Ich kam dann aber auch mit meinem Sammelwagen Da nicht wieder raus Ja, das war dann ein bisschen Merkwürdig Ich werde jetzt auch versuchen Nicht zu tief oder nicht zu weit zu graben Dass wir hier Nicht so viel Verunschalten So So, guck mal Da taucht er auf Können wir ihn freilegen Ich hoffe, ich kriege den Acker später wieder so hin Wie er Sein soll Kriegen ihn ja nicht mal jetzt gehoben Ich weiß nicht, warum der starke Bauer Hier nicht mehr funktioniert Ist ja eigenartig Okay Egal Wir schmeißen Traktore an Ich habe wieder meine Handschuhe nicht an Das wäre unglaublich hier Ich habe hier schon mehrfach erklärt Warum Weshalb ich die überhaupt an habe Und Mal F1 an So Und jetzt müssen wir mal gucken Transportstellung Der ist jetzt in Arbeitsstellung Also er würde jetzt Ballen aufnehmen Wollen wir mal eben gucken Was wir hier hinbekommen Wollen wir wahrscheinlich dann Nehmen wir mal den einmal mit hier Und jetzt einmal hier rum Hallen wir uns den noch Dann kriegen wir den aus einer Kuhle hoffentlich auch raus Genau So Und jetzt wird das spannend Der liegt schon mal unten Wäre jetzt nicht Nicht weit genug runter Da müssen wir dann was anders machen Wichtig ist halt Dass wir den da irgendwie aus dem Loch kriegen So Dann anschließend nicht unbedingt mit dem Traktor da drin hängen Ist doch scheiße so Mal ganz ehrlich Oder Alter Dass der sich da unten so festbackt Unglaublich Rückwärts Was ist das? Ein hartnäckiges kleines Scheißerchen da unten Mal ganz ehrlich Ja komm schon Du elender Kribbel Okay Nutzt alles nix Wir müssen hier noch ein bisschen Weiter ausschachten Das hilft sonst nichts Dann kommen wir hier nicht ran an den Auch ein bisschen Ob wir das wieder hinbekommen Das lassen wir mal dahingestellt Das wird ein Abenteuer So Jetzt Müssten wir ihn aber auch mit dem Ladewagen kriegen Aber ich kann das Feld eventuell zurücksetzen Das kann ich versuchen Wartet mal Mal gucken ob das Loch dann auch bleibt Aber ich glaube das müsste gehen Wir sammeln mal erstmal die Ballen ein Würde ich sagen Holerei da unten immer so lange rum Das verstehe ich ja auch nicht ganz So pass auf Du kommst mit Unten liegt noch einer an der Straße Kommst auch mit Kriegen wir dich hoffentlich hier auch raus Alter es darf nicht wahr sein oder Jetzt haben wir ihn Jetzt haben wir ihn So Ballen liegen jetzt aktuell draußen Mal gucken ob wir da mal irgendwie einen anderen Schuppen oder sowas finden Oder wie wir das machen Ich habe noch keine Idee aktuell Dann nehmen wir den hier noch Und dann unten den von der Straße So und dann könnte es sein Dass wir noch ein zweimal fahren So mal schauen Ich denke ich werde den Acker aber Ne ich werde den jetzt mal gleich versuchen zurückzusetzen Mal gucken Passiert ja nichts Da liegt auch noch einer Okay Ähm Seht ob wir das Loch zu kriegen Und zwar Wir gehen auf die F11 Den können wir erstmal wieder ausmachen Funktioniert eh nicht Wir nehmen das da Ganz kurz gucken Sind wir auf Feld 14 Ist das 14? Das ist Feld 14 Genau F11 Feldboden erstellen Kultivator Kultivator Leer wäre Zurücksetzen Achso Ähm Da machen wir gar nichts drauf Wir wollen nur den Feldboden Genau All Kultivator Flow Sewing Sewing White Kultivator Das machen wir jetzt Winkel Null Düngemittelzustand Das lassen wir alles wie es ist Und jetzt wollen wir mal gucken Aber das Loch bleibt Damit haben wir keine Keine Chance Landschaftsbau starten Gut Dann wollen wir mal Schauen Ist natürlich jetzt blöde Das ist das Zieh jetzt aus Ist ein leichter Buckel jetzt drin Aber Ich denke mal So kriegen wir hier Einigermaßen wieder eine Linie rein Doch eigentlich ganz gut aus Oder Die Linien werden nach und nach Verschwinden Ich denke So können wir es machen Sagen wir es einigermaßen wieder Human So Was passiert denn jetzt Wenn wir es Zurücksetzen Ja Dann haben wir hier Wieder Feld Würde ich sagen Aber wir nehmen trotzdem Kultivator Escape Ja perfekt Ich denke damit können wir leben Dann bringen wir jetzt erstmal die Ballen weg Ja tatsächlich schon wieder elf Minuten Ui Elf Minuten verbaselt Und Die restlichen Sachen Die werde ich hier noch eben runterholen Vom Feld Und Ja dann gucken wir mal Ne Das hat doch jetzt einigermaßen gut geklappt Aber solche Abenteuer gibt es Ne Da backen Strohballen mal eben Unter die Karte Auch nicht schlecht So pass auf Wir fahren hier rein Was ist hier denn passiert Okay Er sollte doch eigentlich nur Feld elf Zurücksetzen Was hat er hier denn gemacht Na ja gut Ähm Erstmal nicht sonderlich schlimm Hier mache ich dann wieder Asphalt hin Ist ja jetzt im Moment nur gepflügt Von daher ist es Gott sei Dank jetzt erstmal nicht ganz so schlimm Ja Strohballen wie gesagt Hier liegen sie jetzt erstmal rum Und eine ganze Menge Gehen wir mal Ich da ran Mein Freund Ach ja Okay Wie gesagt Alles andere Nächstes Mal habe ich das Ganze dann hier wieder In Ordnung gebracht Ich weiß gar nicht Warum Hier ist jetzt Feld 17 Verstehe ich Der hat aber mit allen Der hat aber alle Felder hier zurückgesetzt Das ist aber doof Naja egal Sollte er eigentlich Das ist definitiv dann Spielefehler Das sollte so nicht sein Dass er alle zurücksetzt Das war so nicht geplant Schieb ruhig auseinander Schieb ruhig auseinander Das war's Das war's Was ist das Und da Outro